und halt und jetzt kommt es so wichtig dass der Titel für das Jahr wir sind gerade auf dem Weg nach Euclid und die Sänze die Familie wurde leider ermordet muss man leider sagen es ist eigentlich ist es als Schlag fiesiert und es ja okay sei uns zu sagen wir sind frischgepackene Alchemisten der Let's Player Kunst die kennen die verstehen unser Geschäft hoffe ich zumindest aber das ist noch nicht sicher wir sind jetzt auch noch nicht die Götter auf YouTube ich glaube irgendwie sowas habe ich schon mal erzählt die Bettel Kittlitz Play was übrigens auch morgen oder so weiter gehen wird und ich freue mich schon drauf und hoffe du auch und natürlich jetzt ehrlich geht's bin ich ja gar nicht mehr die ist es zurückgeblieben muss alle begraben die gestorben sind acht dieser Gäste sind sie wirklich eine Zumutung dieser Arbeitshaltung hier was soll das denn was er begraben ja du bist du die alle dünste ich bin mir selbst auch eine wenn du verstehst was ich meine ich verstehe das nicht wer dann bist du wohl eine flinke Flasche es besagt auch ein Bild die Regel flinke Flaschen sind vollkommen vor das habe ich schon mal erwähnt das war auch ich bin jetzt voll auf die Nase geflogen dass das war nicht das nicht schön und blutet das war ein Blasen Bluten ist eine der schlimmsten Krankheiten die die Menschen die gesehen hat ich hab schon lange nach dem Aspen in den Knabeln bei der Welt wirklich nicht ach so das ist das ist die nicht zu ist sentimental h h h ist das nicht zu meinen Versuche das ist schwer zu verstehen und mit der Bisschen die Ecke denken kann ich mir einen Reim darauf bilden nur du bist mir jetzt aber einer das wohl auch zu viel Metamorphen Josef von Goethe Faust die es kribbelt ja das muss du wissen übrigens auf Seite 201 steht die Berühmte für seine Art ist uns kennen wir wissen in Faust in Faust Teile ich habe etwas neu ist es gibt ja auch aus Teil 2 Faust Teil 2 ist so ein typischer Crime Wave Hit und für alle die nicht wissen dass ein Crime Wave Hit ist ein Crime Wave Hit wenn ein M1 Sieg Quillen ich hab's Wolle denn es geht ja mal warum heute konsisten auf 2-3 Kicks in der Tau ja das klingt schon mal sehr ich will zu sagen und er hat es würdig aber diese geschwollene Tanz lässt sich dennoch gut kombinieren mit anderen Attacken nämlich an der mit tolle Kombus entstehen ist es richtig ja aber erst später in der Bisschen stärkerer Tag mehr die Kinder mit den Schwächeren kombinieren und übrigens noch war er habe sie wirklich wo hast du gesehen ich die fertig gemacht habe die Fertigkommel ich hab's nicht gesehen aber übrigens auch zum Korn Einbrief Hit ein Crime Wave Hit in der Welt gilt ein gutes Spiel rauskommt was wirklich gut ist und sehr beliebt wird und dann machen die Macher ein Sequel nur um den Erfolg nun an den Erfolg des ersten Teils anzuknöpfen und Versaunnis total dann spricht man von einem Crime Wave Hit ja damit die Zuschauer ähm damit ihr liebe Zuschauer mal aufgeklärt seid was ein Crime Wave Hit ist und wenn ihr tolle Begriffe habt die nicht jeder kennt dann bitte schreibt diese dann schreibt sie an uns und wir werden sie der breiten Masse zugänglich machen ja genau das wollte ich sagen warte wir haben ganz vergessen wir können Select drücken für noch mal noch mal noch mal Karpon die und ja genau ja okay wie es gesehen hat denke ich nicht über Translake zu drücken also alles geht zu den Leibnach nicht sehen mit dem Spiel selbst nicht zu denken doch selbst nicht gelassen sieben alle bekommt aber ich drücke immer wieder und dann werdet ihr lustige Skizze dritten Klasse sehen ist die es auf Phantasien sehen er genau später wird er noch mehr und dann wird es nur noch lustiger und er hat die den Mutti aus Kräsch-Pendik und immer meine Lieblings-Crash-Pendik und Figuren gesorgt und die Notbremse über das Spiel reden das Spiel als recht spiel ist natürlich nicht das über die Mutti und die Kräfte in einem bis zu dem Minecraft ja ja mein Kraft mit Minecraft habe ich nichts an ich habe ein paar Kräfte mehr an das Haus sind im Nordwestern Part of Town kommt sie in Norden ist der Führer von dem Weg ja dass wir jetzt nicht in der Stadt ist der Kastner die ist der Kastner in der Woche jetzt den Klauen die Wiener Rettet und sie ist wie Philipp Bälle der Kastner Schöchel hat der Malattere sind es ist ein Prauner ein so ist nicht die Farben zu spüren muss er hat und wissen ja auch ein 1 sind 7 sieben sie will er hat okay sich ganz schick mit einem Telefon über den E-Mail-Adresse Fertig ist nein mach ich natürlich nicht nicht wenn sie nicht so ist der Tag er hat die Raube erdraut die Kau die S und er kommt bei der Kaupport zettelte die ist das der Riespappte war der Zoll über die Projekte ist das Böse er für ihn dass sie in vielen Fällen der Klaue und auch was sei die dazu ein Teil der Barth Let's play so ein Let's go play somewhere else das Let's play das ist ja schon direkt hier das ist ja schon mit der dritte überbegriff das war Lacht oder weint sie Bauer hat er sich beend und hier ist auch fahrrad der erste Wärme das ist das ist größtend sind klauen oder des Kaiserser ist aus der Städte und er hat es trägt ich lese ich war zu bischen Friedstein der Rasse der Kaiserser kommen das diskutieren boherskelecker vorliegt furcht ph er also glücklich hey du alte bis zum sein hohohoho oft ist so zup somit ist das genauen erhin ins Alloas derzeit und also vom available to rest of the field days ago but i'd kept going in and out of all sports i wonder what was that all about what that was all about kids zeltzer des santa namens klaus denn i mean it's money can be near he's harry potter gettixen well when i'm alone if you like this i feel like it could just float away without a care in the world er ruhig ist ein guter ist die die nicht zu sagen dass ich an dennoch wirklich glücklich zu sein das ist wirklich eine zumutung dieser arbeitshaltung da ist das ist dieses haus ist besonders weißt du nicht so sie ist das dass das ist das ist das nicht besonders das ist das so ist es post das haus für verheiratet werden es kann sich der zack ja wie sich die in den spiegel vor das ist unglaublich diese arbeit hat mir seine zumutung erkennt der jahr denn das anzuladen amal bettiert dass das kennen wir start zu lockern oder bleiben so prädiert Probleme er hat solche Probleme hätte ich gern dann geht die Welt für mich wie ein zirkus rollett Tisch da hast du es nicht schlecht übrigens bevor du jetzt hier ja was ich wollte noch irgendwas sagen aber egal der Hund der Hund das ist mir jetzt egal ich wollte was sagen dass ich ein ja übrigens in dem schadler ich bin ja ein der teilschaftliche spieler der devil stick subkultursportart okay und ich kann das auch sehr gut würde ich jetzt von mir selbst mal behaupten ohne angebend zu wollen aber ich habe meine Tricks im Internet gelernt sehr gut du bist herausfinden dass du heutzutage alles mit hast du dich um ein Ort aufgrund klatscht zu gestern aus Mausten der hat auch zu tief ins Klaas geschaut ist der Fall das ist jetzt in Chris Heimatstadt totus totis und so dass regnet ach es gibt er zum Onkel point 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 okay wir machen das okay war abwart machen wir Schluss ja ich wollte es gerade sagen aber du rennst einfach rein ja das sagt das früher die Bach ist das ich wollte es der Mistik sei eine kurze Konversen ja dann mach hey an Klausern all jungen erneut werden der ja dies kurz die Konversen kräs іш kräs na wuscht er es alt �he akklaus nga johann again it's good to see you two again you seem to be doing well chris however I've got word that totus was attacked is this true wenn ich sagen Wiederschauen erst du hast sie gar nichts zu sagen ja wir müssen jetzt wenn diesen Part dass sie seine zumutung ich wollte es der Garten die Kommission bis jetzt leise er wie dann dauert das fünf Minuten Heidschatz er nicht mehr jetzt trüben jetzt trüben moment der der Uhr es ist so was zu werfen please don't lose heart kress you can stay at our house for now der wird dass das wieder zu wieder froh bach ist es ist nicht so gut man kann so dass es bei uns übernachten macht I don't want to be a perrischte thought der felsis abhause mit ihr für thank you very much und damit sagen wir dann auch um schaue da ist schaue da schaue zu sehen ja du kannst du nicht mehr allein stehen lassen seine zumutungen dieser arbeitshaltung wird es ist sehen müssen dass wir direkt vor diesen haus dem partenten hätten müssen sollen du bist spät ich habe nicht die freunde dritte selber schauen müsste seine zumutung ist im letzten Jahr achten gerade ist der Fall ist wenn es so weitergeht mit dieser arbeitshaltung dann bist du bald dann ist die BIP für bald um ein Mitglied er hat er gehört in Zukunft mit jemanden andere ist der hier mit mir diese letzte Pläne verbringt ich bin noch in die Landführer auch mit jemals der zähler der st jemand an der Rest oder jemand an der jemand an der Rest Tom wie Tom wie hat dich öfter mal im Grammatikalien ja genau Zürgen mit dem Part noch ein bisschen hinaus es ist deine Schuld nicht meine ich weiß also dann jetzt aber jetzt ist der BIP für sich auf die Flaschnikowsky bei bei Buchung mit 10 Chauder ist Gauder fress Käse und ich würde es auch sagen Gnadefels lecker lecker Käse tschüss